Einen wunderschönen Freitagmorgen hier live aus Solvala. Wir haben es geschafft, wir sind hier exklusiv für www.trotto.de und www.hufworld.de im Rahmen von Jörns Swedish Racing World. Melde ich mich jetzt hier aus dem Stallgelände in Solvala zum absoluten Renntag der Renntage, zum Elite Lobelt 2021. Ich bin hier, bin bereits bewaffnet mit Programmen und mit allem und dran hinter mir, wie gesagt, geht es raus in die Tribünenhalle, die ja heute leider, leider noch nicht voll ist. Wir haben heute 1000 Zuschauer hier, geladene Gäste natürlich nur, aber es wird zumindest ein bisschen freier zu gehen als im letzten Jahr, wo man wirklich als Journalist ja nur im Wallerkrog, in Anführungszeichen, hinter der Scheibe sitzen durfte. Darf man jetzt zumindest wieder im Stallgelände sein, man darf außerhalb unterwegs sein. Ich habe hier, wie gesagt, wenn man das sehen kann, man hier so ein gelbes Bändchen bekommen mit Stahleingang. Und wir werden natürlich jetzt versuchen, hier euch auf www.hufworld.de und www.trotto.de exklusive Informationen zu unserer Tippgemeinschaft und natürlich auch zu den Rennen am Samstag und am Sonntag zu geben. Ich werde mich auf die Suche machen, um einige Stimmen einzufangen und ich melde mich hier alsbald wieder. Also schaut rein www.hufworld.de und www.trotto.de im Rahmen von Jörns Swedish Racing World. Das Wochenende der Wochenenden gibt es nur mit exklusiven Infos hier bei uns. Bis dann!